Der FC Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer und nun wurde die Kandidatenliste wohl um einen weiteren Namen erweitert, wie die Sportbild heute Morgen berichtet hat und zwar um Atalanta Bergamos Rasmus Heulund. Der 20-jährige Däne wird häufig mit Haaland verglichen, aber das liegt meiner Meinung nach eher daran, dass beide Skandinavier sind und junge Stürmer. Klar, sie haben auch andere Attribute, die sich ähneln, zum Beispiel die Schnelligkeit und auch die Zielstrebigkeit. Dennoch finde ich, dass Heulund da eher ein anderer Spieler ist, lässt sich auch mal häufiger fallen im Aufbau und kann da besser helfen wie Haaland, wenn natürlich auch Haaland viel kompletter ist im Spiel offensiv. Aber ich würde Heulund jetzt nicht kategorisch ausschließen und sagen, dass er sich nur auf seine Schnelligkeit verlässt. Er ist auch durchaus im Ballbesitz wirklich ein guter Spieler, den man auch mit Flanken füttern kann, auch gegen tiefstehende Gegner. Also der ist jetzt keiner, der die Bayern dann nur auf eine Konterspielweise beschränken würde. Zudem kann Heulund vielleicht noch so ein bisschen deutsch, denn bevor er zu Atalanta kam für 17,2 Millionen im letzten Sommer, hat er für Sturm Graz gespielt in Österreich und nun beträgt sein Marktwert eben 35 Millionen Euro. Das heißt, ein Transfer würde es so circa 50 bis 60 Millionen Euro kosten, was dann doch nochmal ein anderes und günstigeres Preissegment wäre im Vergleich zu den anderen Kandidaten auf der Liste der Bayern. Denn demnach befinden sich laut dem Bericht der Sportbild auf dieser Kandidatenlisten weiterhin Harry Kane, Rondal Colomuani und Viktor Ossiman. Wobei letzterer für einen Preis von circa 150 Millionen gehandelt wird, während Colomuani und Keynes schon so ab circa 100 Millionen zu haben wären. Was jetzt natürlich auch nicht billig ist, aber ja, in solchen Summen muss man sich halt bewegen, wenn man einen Top-Stürmer haben möchte. Des Weiteren soll eben Niklas Füllkrug, der mit Abstand der Billigste gewesen wäre, wenn man ihn verpflichtet hätte, eben nicht mehr auf der Liste stehen. Der FC Bayern soll wohl kein Interesse an einer Verpflichtung haben. Ebenfalls sollen sie von einer Verpflichtung von Dusjan Flaovic, von Juventus Turin Abstand nehmen. Also auch der ist jetzt wohl kein Kandidat mehr für die Stürmerposition der Bayern. Demnach hat man jetzt bei den Bayern laut diesem Bericht eben vier Stürmer auf der Kandidatenliste drauf, die man verpflichten könnte. Durchaus verschiedene Profile, verschiedene Altersgruppen und auch verschiedene Preissegmente. Dennoch gibt es meiner Ansicht nach auch noch weitere Kandidaten, zum Beispiel einen Jonathan David oder eben weitere, zu denen auch in den kommenden Tagen noch ein ausführlicheres Video kommen wird. Ich habe mir Stand jetzt 25 Kandidaten für den Bayern-Sturm herausgearbeitet. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich werde dann einfach mal kurz alle vorstellen, was so dafür spricht, dass sie zu Bayern gehen oder was dagegen. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Also das kommt auf jeden Fall in den kommenden Tagen. Ansonsten muss man natürlich zu Heulund sagen, dass er mit Abstand der Jüngste wäre und dennoch der Billigste. Also er ist schon noch so ein bisschen ein hoher Spieler, also jemand, den man noch entwickeln müsste, der eben nicht diesen direkt krassen Impact hätte, den man sich von den anderen Stürmern erhoffen würde. Die natürlich aber auch dementsprechend mehr kosten. Das also soweit zu diesem Bericht, der heute Morgen erschienen ist und einfach so ein kleines Update zu den Stürmerkandidaten der Bayern. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Lasst es mich gerne wissen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und ciao.